Das heutige Google Doodle würdigt die Lebensleistungen und humanitären Beiträge des angesehenen kanadischen Athleten Terry Fox. Nach einer Amputation der Gliedmassen wegen Krebs entschied sich Terry Fox, eine großartige humanitäre Initiative zu starten. Er startete erfolgreich den Marathon of How, ein Sportereignis, um das Bewusstsein für Krebs zu schärfen und ihn zu finanzieren. Terry wurde am 28. Juli 1958 in Winnipeg, Kanada, geboren. Am 13. September 1981 nahm Terry Fox selbst am Marathon of How teil und sicherte sich schließlich eine Finanzierung in Höhe von 3,5 Millionen US-Dollar für die Krebsforschung. Krebsforschung. Heute wird der Terry Fox Run zu seinen Ehren abgehalten, und es ist ihm gelungen, über 800 Millionen US-Dollar für die Krebsforschung aufzubringen. Die Forschungsfinanzierung im Wert von Millionen von Dollar, die Terry Fox im Laufe der Jahre durch seinen Marathon of How generiert hat, hilft Krebsforschern bei ihrem Prozess der Wirkstoffentdeckung enorm. Lassen Sie uns diese Gelegenheit nutzen, um Terry Fox für seine bemerkenswerten humanitären Beiträge zu begrüßen. Lassen Sie uns diese Gelegenheit nutzen, um die Krebsforschung zu begrüßen. Lassen Sie uns diese Gelegenheit nutzen, um die Krebsforschung zu begrüßen. Lassen Sie uns diese Gelegenheit nutzen, um die Krebsforschung zu begrüßen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020